Hi Leute, willkommen bei Tupac VR. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir zocken heute Virtual Army Revolution. Die Demo ist raus und ich wollte euch das jetzt hier mal vorführen. Ich habe keinen Server gefunden, deshalb erstelle ich jetzt einen Server mit Bots, damit wir so ein bisschen Gameplay-Material sammeln können. Und ja, viel Spaß. Okay, los geht's Leute. Also es gibt keinen Snap-Turn, also auf jeden Fall nicht mit der HTC, mit der ich jetzt spiele. Das ist sehr Arcade-haltig, würde ich sagen. Ich habe eben mal ganz kurz eine Runde gespielt. Wir gehen nicht mit dem Strom, wir gehen hier außen lang. Ich hoffe, der Sound ist okay. Ich spiele momentan ein bisschen mit einem anderen Mikrofon rum, weil mir das Vive-Mikrofon nicht gefällt. Da war ein Kopfschuss. Wow, ich glaube, wieder ein Kopfschuss. Nachladen geht einfach über eine Taste, der lädt dann automatisch nach. Ich weiß gar nicht, wie der auf dem Vive-Controller heißt. Da ist einer. Da ist wieder einer gewesen. Gehen wir mal hier rein. Da ist doch noch einer. Es läuft noch nicht so wirklich... Noch nicht so wirklich rund, würde ich sagen. Hakelt ein bisschen ab und zu. Ich schlade mal kurz hier nach. Ja, es ist eine Demo in Early Access. Die Bots sind auf Normal geschaltet. Ich kann auch nachher mal probieren auf Hard. Gucken, wie es dann aussieht. Wow! Hier haben wir einen Back gefunden gerade. Coole Cutter. Ah! Komm, 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 komm! So, wir können hier auf dem Touchpad, können wir so ein bisschen wechseln. Machen wir hier mit Pistole. Wow! Wow, mit Pistole ist das gar nicht so leicht. Wir haben hier sogar... Wir wechseln nochmal auf die A-K ein. Wow, 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 wow! Wow, wow, wow! Wir wollen hier mal schritten. Wir wollen hier mal schritten. Mann, Mann, Mann! Hero of Black Day. Ha, wie ihr seht, das ist echt mehr an Kabel als Simulation. So, jetzt dürfen wir mal eine Granate. Was verdammt! Geil, die Granate ist sogar noch hochgegangen. Weil ich mal ganz kurz gucken, wo ich im Raum bin hier. Okay, weiter geht's. Ich hasse es, wenn es kein Snapdragon gibt. So, den haben wir. Nachladen, nachladen. Da hinten war noch einer, glaube ich. Junge, nicht mit mir. Ja. Komm, komm, komm. Okay, nach der Runde machen wir definitiv mal den Bot auf hart. Bin ich gespannt, wie da die... Ausrufen nun sind. Die laufen sehr viel rückwärts. Was macht der denn da? Nichts mehr. Ich habe euch den Arsch gerettet, Leute. Ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Ist hier irgendeiner? Da. Der war knapp, also der hat mich fast gehabt. Ich weiß nicht, wie die Aufnahme jetzt ist, aber es läuft in der Brille ein bisschen ruckelig, muss ich sagen. Schade eigentlich. Dabei habe ich noch nicht mal irgendwie großartig aufs Vorfeld geschoben. Mein Freund. Kann ich hier andere Waffen aufheben? Nein, geht nicht. Ha! Killing Spree. Nachladen, besser. Besser ist sicher, sicher. Okay, ist einer von uns. Boah. Also lang kann ich halt so nicht spielen, weil der Tockel ist echt in der Brille. Dominate. Dominate. Den habe ich auch noch gekriegt! Wow! Ok Leute, ich würde sagen, schalten wir mal den Server auf Hard. Ich starte nochmal 9 und mit einer anderen Map auf jeden Fall. Wir sehen uns gleich wieder. So, andere Map und die Bots sind auf Hard gestellt. Jetzt bin ich gespannt. Wow, das ist Hard. Ok, hier muss man jetzt ein bisschen vorsichtiger agieren als eben. Ja, hier ist man ganz schnell weg. Ich bin alleine, ich bin alleine! Einer habe ich. Nachladen. Boah, von hinten, oder? Ja. Zeit für den Lied. Lied, genommen! Cool, wer wir mal hochgehen lassen könnte, geht aber nicht. Da hinten sind zwei. Oh, ich bin gegen eine Wand gekommen gerade. Der ist nicht tot, oder? Doch, doch. Ok, die Meldung kam. Duffy-Girl! Schleich dich nicht von hinten an! Ok, das ist einer von uns, Chuckles. Boah! Ok. Na, laden, laden, komm, komm, komm! So, gleich, wenn ich gestorben bin, dann möchte ich mir nochmal eine andere Klasse aussuchen. Ich gehe mal die Schrottwünsche probieren. Wow! 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 Ok, jetzt bin ich down. Ok, andere Klasse auswählen. Change Class. Combat. Ok, Combat. Ok, Combat. Ok, jetzt habe ich. Nachladen. Ok, warum muss ich mich erstmal gewöhnen? Wow, geil! Macht Spaß! Da kommt was hinter mir. Alter! Das Kabel vom Mikrofon stört mich ein bisschen. Oh, das ist schön. Ah, damn. Oh, okay, Moment. Ist der hinter mir gespawnt oder was? Einer ist da oben, auf dem Dach. Okay. Ich habe ihn gerecht. Kommen wir ein, jawohl. Nach Land, nach Land. Ich bin den schon da. Fuck. Oh, leer, leer, leer. Nein, 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 nein. Du kürzt mich nicht. Boom, Junge. Hinter dir. Kopf weggeknallt. Okay. Der Rett war zu viel. Also wenn es jetzt noch flüssig laufen würde, dann wäre es ein echt netter Arcade-Shooter. Wir sind wieder auf dem Killing-Spree. Da ist einer, der geht da rein, glaube ich. Komm, komm, komm. Komm raus. Rechts neben dir, John Claude. Wir wurden beide vernichtet. Oh, ich muss mich echt an der Tatsache nehmen, wenn ich mal an der Reihe bin. Und hier oben geht ganz gut. Und wo kann ich Schüsse gerade? Ich habe mich geschossen, aber ich glaube, ich hatte leer. Ich hatte leer alles. Hast Glück gehabt, Junge. Nein, komm weg gewesen. Ich wollte nicht auf meinen Kollegen da schießen. Okay, gucken wir noch mal, was es noch Bindeklasse gab. Change Class. Back Ops. Change Team. So. So. Oh, ist das in der UMP oder was haben wir jetzt? Ich muss mal mal gucken. Ach, nee, ist klar. Was war das denn gerade? Oh, da ist einer, da ist einer, da ist einer. Ein bisschen chaotisch, mein Gameplay hier. Ha, die haben wir gut verfolgt. Die haben wir mal nachladen hier. Aber die können, die können ja überall spawnen. Waffenhändling gefällt mir noch nicht so richtig gut. Das ist teilweise echt aggro. Ja, ich will mal ein Messer an jetzt hier. Ha, 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 ha. Komm. Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Nicht mit dem Commander. Boah, du kamst echt blöd, Taffi. Ah, der Green Scavenger. Oh, der hat uns gleich, oder? Ja, ich hab's mal nach. Ha, den haben wir genutzt. Warum laufen die immer rückwärts, die Typen? Da war doch einer. Da muss ja irgendwo sein. Ja. Party! Ist jetzt vorbei, oder? Ja, Leute, das war's mit Virtual Army. Revolution. Ich wollte euch das Spiel mal kurz vorstellen. Ist momentan kostenlos als Demo erhältlich bei Steam. Ich werde es auf jeden Fall verlinken. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, haut ein Like raus. Ein Abo wäre nice. Und ja, ich würde sagen, ein schönes Wochenende noch. Ciao.